Ja, ohne Gottes Geist ist das, was wir tun, was wir sagen, tot. Es ist vergänglich und besteht nicht. Der Geist Gottes ist der Atem Gottes, der in diesen toten Klumpen Materie hineingeblasen Leben hineingebracht hat. Und am Sonntag haben wir uns damit beschäftigt, dass obwohl wir zum Leben gebracht wurden, zur Welt gebracht wurden, geboren wurden, dass wir dennoch tot sind. Und dass erst der Geist Gottes hineinblasen muss in unser Leben, hineinkommen muss und uns zu neuem Leben erwecken muss. Und Jesus hat das so gesagt, zu dem Schriftgelehrten, du musst von neuem geboren werden, sonst kannst du nicht in das Reich Gottes kommen. Sonst kannst du nicht Teil des Reiches Gottes, der Herrschaft Gottes werden. Sonst bist du weiter tot in deinen Sünden. Wie kommt es, dass der Geist Gottes in unser Leben hineinbläst, hineinweht und uns neu macht, neues Leben gibt? Wie kommt es? Es kommt durch Jesus, sein Sohn, durch die Erlösung, die Jesus uns allen gebracht hat, am Kreuz von Golgatha. Erst wenn wir wirklich begreifen, dass es wahr ist, dass ich Erlösung brauche, dass ich Vergebung brauche, dass ich neues Leben brauche, dass ich Errettung brauche von der Gefangenschaft, in der ich lebe, erst wenn ich das begreife, und wenn ich im Glauben annehme, diese Rettung, die Gott mir schenkt, dann erst kommt der Geist und beginnt ein Werk in mir. Ohne den Geist ist das alles nichts. Ohne Gottes Geist ist auch, ja, alles Predigen nichts. Und deswegen bin ich euch dankbar, dass ihr für mich betet, damit ich hier nicht geistloses Zeug labere, sondern das ist das, was ich vorlese, was ich auslege, dass es geführt und geleitet durch den Heiligen Geist ist. Wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Und es ist der Bund Gottes, den Gott mit seinem Volk Israel schließt am Berg Sinai. Es ist ein Stück weit wie ein Ehebund. Es ist aber auch der Bund Gottes mit einer Auswahl von Menschen. Angefangen hat diese Auswahl mit einem, mit Abraham. Aber nicht nur mit einem, sondern Gott hat in Wirklichkeit zwei auserwählt. Abraham und Sarah. Und durch sie wollte er Segen in diese Welt hineinbringen. Abraham berufen dazu, hinaus zu gehen aus seiner Familie, aus seiner, aus seinem Land, aus den Bezügen, in denen er gelebt hat. Gott hat gesagt, komm raus. Aus diesem Land. Komm raus aus deinen Bindungen und binde dich ganz an mich. Ich will dich hineinbringen in ein neues Land. In ein Land, was ich dir und deinen Nachkommen geben will. Und ich bin dein Gott. Ich bin für dich. Ich bin mit dir. Und ich segne dich. Und ich mache dich zum Segen für alle. Das ist die Auserwählung dieses Mannes. Aber dabei bleibt es nicht, denn ihm werden Nachkommen verheißen. Deine Nachkommen. Durch deine Nachkommen werden alle Völker gesegnet werden. Am Ende geht es um den Nachkommen, um den einen, der kommen wird und der Erretter und Erlöser der ganzen Menschheit sein wird. Aber dieser Erlöser, dieser Nachkommen kommt nicht einfach aus Abraham heraus. Er ist nicht irgendwie ein Zwitterwesen, was irgendwie Nachkommen produziert aus sich alleine heraus. Nein, er braucht eine Frau dazu. Denn so hat Gott den Menschen am Anfang geschaffen. Männlich, weiblich. Ein Mann, eine Frau. Er hat nicht zehn Männer und zehn Frauen geschaffen. Er hat auch nicht nur einen Mann geschaffen. Er hat auch nicht zehn Männer geschaffen. Er hat einen Mann und eine Frau geschaffen. Und dann sagt er, dieses, das, was ich da geschaffen habe, er hatte zuerst den Mann geschaffen. Und hatte ihn in den Garten gesetzt. Hat ihm auch den Auftrag gegeben. Bewahre und bebaue das hier. Aber dann hat er gesagt, das ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. So war die Schöpfung, die Erschaffung des Menschen erst vollendet, als auch die Frau geschaffen war. Und so heißt es dann, lass uns Menschen machen nach unserem Ebenbild. Lass uns nicht einen Menschen schaffen, sondern lass uns Menschen in Mehrzahl schaffen. Weil Gott ein dreieiniger Gott ist, sagt er, wir. Und weil er eben nicht ein einzelner Gott ist, einfach nur, schafft er auch nicht nur einen Menschen. Und das Bild des dreieinigen Gottes, der eine Gott in drei Personen oder wie auch immer man das ausdrücken will. Das sind alles Versuche, irgendwie etwas auszudrücken, was über unseren Verstand hinausgeht. Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Liebe vereint ein Gott. Drei in eins. Er schafft zwei Menschen, die zusammen mit ihm das Ebenbild Gottes sind. Nach unserem Bild. Sie sollen uns ähnlich sein. Mann und Frau als Bild Gottes. In ihrer Verschiedenheit vereint. Durch und mit Gott. Vereint in Liebe sind sie das Bild Gottes. Mann und Frau. In dem Treuebund der Ehe vereint. Und so ist es, wenn diese Vereinigung stattfindet, da sagt Gott dann, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Sie haften zusammen, sie haften zusammen, sind eins. Sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Betont Jesus nochmal, als er dieses Wort wiederholt. So sind sie nicht mehr zwei, sondern eins. So wie Gott der eine Gott ist, so sind sie, diese zwei, verbunden in der Liebe eins. Und sind damit das Bild Gottes. Und was passiert, wenn sie eins sind, ein Fleisch werden? Und dann, sie bringen Frucht. So wie es in der ganzen Schöpfung ist. Immer wieder wird das betont in der Schöpfungsgeschichte. Er schaffte die Bäume, die Kräuter, die Tiere im Meer, auf dem Land, in der Luft. Und sie sollen fruchtbar sein und sich mehren. Und so entsteht aus der Vereinigung in Liebe Frucht. Kinder entstehen. Und so hat sozusagen der dreieine Gott in seiner Liebe Kinder geschaffen. Kinder gezeugt. Adam und Eva. Und so ist es seitdem. Ein Mann und eine Frau in der Liebe vereint. Bringen Frucht. Bekommen Kinder. Und diese beiden, Mann und Frau, in der Liebe vereint, sind jetzt die Eltern von diesem Kind, was gezeugt wurde. Und ein jeder Mensch, nach Adam und Eva, hat einen irdischen Vater und eine irdische Mutter. Ein kleines Baby kommt auf die Welt. Und was, wenn es, ich sag mal so, wir lassen jetzt mal alles außen vor. Wir gehen jetzt mal über die ganze Sünde hinweg. Das, wie Gott es eigentlich und ursprünglich geschaffen hat. Es hat zwei sich liebende Eltern, Vater und Mutter, die sich dann auch liebevoll um dieses hilflose kleine Wesen kümmern und es aufziehen. Und es sind die ersten Menschen, die dieses kleine Wesen kennenlernt. Es ist die erste menschliche Beziehung, die so ein Kind kennenlernt, außerhalb sich selbst. Es sieht und erlebt, wie hier zwei Menschen, diese zwei Menschen, sich um ihn oder um es kümmert. Und es sieht aber auch, wie die miteinander interagieren. Von der Pike auf, von klein auf, haben die Kinder ein Bild vor Augen. Und nach der Schöpfung soll es das Ebenbild des lebendigen Gottes sein. Mann und Frau in Liebe vereint, mit Gott im Zentrum. So ist es ein großes Geheimnis, dass in der Familie ein Mensch Gott kennenlernt, ohne dass Gott verkündigt wird. Anhand des Bildes, was ihnen vor Augen geführt wird durch Vater und Mutter, durch die Liebe von Vater und Mutter, die sie zueinander haben und zu dem Kind. Deswegen ist Gott die Familienbeziehung so wichtig, so wertvoll, dass er innerhalb der Gebote, das erste Gebot, was jetzt nur noch auf die zwischenmenschliche Beziehung bezogen ist, als erstes diese Beziehung in den Fokus rückt. Zuerst sagt er in 2. Mose 20, die Beziehung zwischen dir und mir. Das ist das Wichtigste, das ist das Erste. Die Liebesbeziehung zwischen dir und mir. So wie er zu Abraham gesagt hat, lass alle Bindungen fahren, die du zu Menschen hast. So sagt Jesus das auch. Jesus hat gesagt, verlasse alles. Vater, Mutter, verlasse alles. Und häng dich an mich. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und die Jünger, sie haben alles verlassen. Sind ihm nachgefolgt. Und Jesus sagt, wenn du das tust, ist es dann nicht so, dass du dann familienlos sein wirst. Nein, du wirst es zurück erhalten. Du wirst gesegnet werden durch Familie. Aber dieser erste Schritt, Gott ist der Erste und der Letzte, auch für mein Leben. Das lass uns mal sehen, auch in Bezug auf die Elternbeziehung. Und zwar, Ja, wie gesagt, in Matthäus 10, Vers 37 steht es. Mal aufschlagen. Oder wir steigen ein in Vers 32. Jesus sagt zu seinen Jüngern, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Paulus sagt uns, wenn du glaubst in deinem Herzen und mit deinem Mund bekennst, wirst du errettet werden. Die Liebe zu Jesus, der Glaube an Jesus, der Glaube an den dreieinigen Gott, der ist nicht nur eine Sache des persönlichen, privaten, sondern es ist auch etwas Öffentliches. Das, was in Deutschland praktiziert, wird, Religion ist Privatsache. Bitte rede doch nicht über deine Religion. Bei uns geht es noch. Wir haben gerade eine französische Austauschschülerin. Da ist es so, dass du in öffentlichen, in staatlichen Institutionen von Religion nicht sprechen darfst. sie erzählt, in ihrer Schule darf sie nicht über Glauben sprechen mit ihren Mitschülern. Das ist schon krass. Aber ein Stück weit ist es bei uns auch so. Nur, dass es nicht gesetzlich geregelt ist, sondern dass es eher so ein Geist ist. Davon redet man nicht. Das ist sehr persönlich, das ist sehr intim, das lassen wir lieber außen vor. Aber es gibt auch Menschen, die hungrig eigentlich danach sind. Und wenn du dann plötzlich anfängst, über den Glauben zu sprechen, dann sind sie plötzlich ganz ohr, weil sie das so vermissen, weil es eben so selten thematisiert wird. Also Jesus sagt, der Glaube an mich, der zeigt sich auch öffentlich. Du musst mich auch bekennen. Und wenn du mich bekennst, ich stelle mich zu dir. Aber dieses Bekenntnis, das kann uns manchmal auch in Schwierigkeiten bringen, oder? Wir merken, wenn ich hier mich jetzt offen zu Jesus stelle und zu meinem Glauben stelle, dann kriege ich vielleicht Gegenwind. Dann kriege ich vielleicht, ja, dann verspiele ich mir vielleicht die Sympathien. Und dann lassen wir es lieber. Warum? Weil wir die Sympathien nicht verlieren wollen. Weil wir den Menschen, im Endeffekt den Menschen höher achten als Gott. Und deswegen sagt Jesus, wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Und das hört sich erstmal krass an und hart. Aber das ist die Realität. Wenn wir nicht diesen Schritt tun und uns zu Christus stellen, zu unserem König, ihn bekennen, als unseren Herrn, dann trennen wir uns von ihm. Das ist Sünde. Und Petrus ist in diese Sünde gefallen. Er hat dreimal geleugnet, dass er Jesus kennt. Nö, Jesus kenne ich nicht. Warum? Weil er Angst um sein Leben hatte. Und es ist verständlich, menschlich verständlich und es ist trotzdem Sünde. Er hat ihn verleugnet. Derjenige, der für ihn dann am Kreuz gestorben ist. Der, der ihn geliebt hat, der ihn berufen hat, ein Menschenfischer zu werden. Der seinem Leben einen Sinn gegeben hat. Der ihm darüber hinaus ewiges Leben geschenkt hat. Er hat es ihm nicht, in der Situation, nicht gedankt, sondern hat ihn verleugnet, um seine eigene Haut zu retten. Aber was ist denn schon? Und Jesus sagt es hier in diesem Kapitel etwas vor. Was bringt es schon, wenn du deine eigene Haut rettest, am Ende aber deine Seele verlierst? Bringt dir gar nichts. Das Wunderbare ist, dass Jesus ihm das vorher schon gesagt hat und Petrus gesagt hat, du wirst es nicht schaffen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du dann umkehrst, umkehrst, zurückkehrst, dann werde ich dich ausrüsten und dann stärke deine Brüder. Und das hat er dann am Ende gemacht. Als er auferstanden ist von den Toten, hat er sich Petrus gezeigt. Und Petrus hat die Vergebung Jesu erfahren. Und er wurde von Neuem geboren, aus dem Geist geboren. Er hat den Heiligen Geist empfangen. Noch mehr, er wurde ausgerüstet mit der Kraft des Geistes zu Pfingsten. Und was hat er dann getan? Er hat den Mund aufgemacht vor Tausenden von Menschen. Und er hat sich zu diesem Christus bekannt, den er vorher verleugnet hat. Und Jesus hat sich zu ihm gestellt. Und das heißt nicht, dass er bewahrt geblieben ist vor aller Verfolgung. Nein, er ist verfolgt worden. Er ist ins Gefängnis geschmissen worden. Er ist geschlagen worden. Aber er hatte den Mut, trotzdem sich zu Christus zu stellen und ihn zu bekennen. Weil er keine Menschenfurcht hatte. Und Menschenfurcht hat zweierlei. Einmal die Angst vor dem Menschen, was er mir tun könnte. Und dann die Angst davor, die Sympathien zu verlieren. Und er sagt Jesus, dann müsst ihr radikal sein. Es gibt nur entweder oder. Nummer eins bin ich. Dann sagt er weiter hier in Vers 34, Ich meinte nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es verlieren. Das scheint hier erstmal ein totaler Kontrast zu sein zu dem, was wir lesen in 2. Mose 20, Ehre Vater und Mutter, die heile Familienbeziehung. Aber es ist hineingesprochen in eine sündige Welt, wo Vater und Mutter eben nicht mehr das Bild Gottes sind. Weil sie Sünder sind. Wir sind Kinder von Sündern. Unsere Eltern sind Sünder. Und das raffen wir oft als Kinder erst ziemlich spät. Lange Zeit sind unsere Eltern unsere Heiligen, unsere Helden, bis wir irgendwann begreifen, dass sie auch Sünder sind, sie auch Schwächen haben, dass sie auch versagen. Manchmal gibt es aber auch Kinder, die das schon sehr früh leider merken müssen. Weil vielleicht ihre Eltern sich überhaupt nicht um sie kümmern. Weil der Vater die Familie verlässt. Weil er und die Mutter im Stich lässt und die Kinder. Weil die Eltern den Kindern Gewalt antun und sie missbrauchen für ihre eigenen Zwecke. Wir sind aber Kinder von Sündern. Und deswegen ruft Jesus uns wie Abraham zuerst heraus aus unseren Familienbeziehungen. Er ruft uns hinaus in radikaler Weise und sagt, binde dich voll und ganz zuallererst an mich. Und das sagen die zehn Gebote nämlich auch. Das steht nicht im Widerspruch. Denn das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägyptenland erlöst. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Auch nicht deine Eltern. Deswegen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht würdig. Wir stellen uns zu Christus. Das ist ganz interessant, wenn wir uns dann die Abfolge der Könige anschauen. Und das steht dann oft in den Königebüchern, dass ein neuer König kommt, ein Nachkomme Davids. Und dann steht da, ja, er tat, was böse war in den Augen Gottes war, wie sein Vater und seine Mutter. Ein guter Junge, der seine Vater und seine Mutter ehrt. und genau das tut, was sie auch getan hat. Ist nicht im Sinne Gottes. Hier sollte ein Sohn ungehorsam sein, seinen Eltern. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, gilt auch in diesem Zusammenhang. Wenn es da um Gott geht, da lasse ich mich nicht von meinen Eltern verführen. Ich gehe nicht den Weg meiner Eltern. Nein, ich gehe den Weg Gottes, weil Gott mein Vater ist. So sehen wir das bei Jesus in Lukas 2. Lukas 2, Vers 41. Jesus war zwölf Jahre zu dieser Zeit. Seine Eltern gingen alljährlich am Passachfest nach Jerusalem und als er zwölf Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der junge Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagereise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach drei Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, dass er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und er war ihnen untertan und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Interessante Geschichte. Jesus zeigt uns beides hier. Er zeigt uns den Ungehorsam, den heiligen Ungehorsam und den heiligen Gehorsam. Er zeigt uns, was das Gebot Ehre deinen Vater und deine Mutter wirklich bedeutet. Es bedeutet zuallererst Ehre Gott. Denn der ist dein Vater. Er ist der Vater, von dem alle Vaterschaft ausgeht. Er ist der jenige, der hinter diesem Bild steht. Wenn es um Ehre Vater und Mutter geht, geht es zuallererst darum, Ehre Gott. und deswegen er setzt die Prioritäten. sagt, Gott ist mein Vater. Ich bin das erste Mal im Haus meines Vaters. Ich musste in diesem Haus sein und bleiben. Ich musste Zeit in diesem Haus verbringen, in der Gemeinschaft mit meinem Vater. Und die Eltern waren völlig irritiert, waren völlig durcheinander, waren völlig ja auch entrüstet darüber ein Stück weit. Wie konntest du uns das antun? Ja, ihr seid nicht mein wahrer Vater. Ich habe einen wahren Vater, der ist im Himmel. Klingt erstmal hart. Aber was dann passiert, ist genauso wichtig und dürfen wir nicht außer Acht lassen. Er ging mit ihnen und ordnete sich ihnen unter. Er lebte als ein treuer, guter Sohn im Hause seiner Eltern. Er war gehorsam seinen irdischen Eltern. Und wenn sie ihm irgendwas auferlegt haben, was unbequem war, was nervig war, was ihnen nicht gepasst hat, sie haben es getan. Er hat es getan. Er hat sich ihnen gefügt, ihrem Lebensstil, ihre Art und Weise zu leben. Und bei Josef und Maria war es sicherlich nicht so schwer. Sie waren fromme Leute. Sie hatten eine lebendige Beziehung zu Gott. Und so war es ein Segen auch für Jesus in dieser Familie groß zu werden. Wie es dann auch hier steht. Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Wisst ihr, Gott beschenkt uns so reich durch unsere Eltern. Zuallererst hat er uns das Leben gegeben. Wir sind durch unsere Eltern überhaupt ins Leben hineingekommen. Gerade unsere Mütter haben viel ertragen, erduldet, um unsere Willen. Aber auch unsere Väter, je nachdem wie stark sie sich involviert haben lassen in dem Aufziehen der Kinder. Aber am Ende haben unsere Eltern für uns gesorgt, so viele Jahre lang. Mein Vater sorgt noch heute für mich, obwohl ich fast 50 bin. Steckt mir immer noch mal was zu, hier und da, wo mal was gebraucht wird. So reich gesegnet. So viel Gutes, was ich gelernt habe. Ich habe sprechen gelernt durch meine Eltern. Ich konnte nicht sprechen, als ich auf die Welt kam. Und durch das Sprechen habe ich auch denken gelernt. Das ist krass. Meine ganze Identität verdanke ich fast ausschließlich hauptsächlich vor allen Dingen meinen Eltern und ihrer Liebe und Hingabe über all die Jahre. Und natürlich ist das nicht alles. Natürlich habe ich auch noch von anderen Menschen was empfangen. Aber diese beiden Menschen von denen habe ich das allermeiste empfangen. Darum Ehre wem Ehre gebührt. Respekt und Achtung wem Respekt und Achtung gebührt. Und Gott sagt ehre sie. Halte sie in Ehren. Vergiss nicht was sie alles Gutes für dich getan haben. Wisst ihr wir Menschen in unserer Sündhaftigkeit wir sind nämlich so dass wir sie haben uns Dinge weitergegeben die nicht gut sind. Sie haben unser Erbe belastet mit ihrer Sünde mit ihrer Schuld mit ihrer Schwachheit. Aber das ist nur ein Teil von dem Ganzen. Also ihnen gebührt Ehre in bestimmten Bereichen für all die Sünde die sie in unser Leben hineingetragen haben. Dafür gebührt ihnen keine Ehre. Dafür sollen wir auch nicht dankbar sein Geschwister. Lasst uns das Wort Gottes nicht falsch verstehen. Ehre Vater und Mutter heißt nicht dass wir dankbar dafür sein sollen dass wir zum Beispiel vielleicht einen Vater haben der uns geschlagen hat. Aus seinem Zorn und aus seiner Willkür heraus. Oder noch schlimmere Dinge mit uns gemacht hat. Das ist völlige Verdrehung des Wortes Gottes. Aber Achtung und Respekt dafür zu haben für das was wir empfangen haben. Das nicht zu verlieren das ist eine wichtige Art und Weise wie wir mit unseren Eltern umgehen sollen. Und das zeigt sich dann auch darin dass wir sie nicht behandeln wie alle anderen Menschen sondern dass wir ihnen eine besondere Fürsorge auch angedeihen lassen gerade wenn sie dann alt werden dass wir uns um sie kümmern dass wir Zeit investieren dass wir geduldig mit ihnen sind so wie sie mit uns geduldig waren als wir klein waren ja dass wir am Ende vielleicht sogar so für sie sorgen wie sie für uns als Kinder gesorgt haben haben uns füttert uns die Windeln gewickelt haben ich weiß das ist eine schwierige Vorstellung für uns alle dass unsere Eltern so sein könnten in diesem Zustand aber es kann sehr gut so passieren und dann sind wir als Kinder gefordert und nicht zuerst die Pflegekräfte Gott möchte dass wir ein Herz für unsere Eltern haben wenn sie schwach und alt geworden sind dass wir uns die Zeit nehmen und Gott sei Dank leben wir in einem Staat wo das tatsächlich auch zumindest in einem gewissen Rahmen eingeräumt wird dass du sogar freie Tage Arbeitstage für Pflege bekommen kannst dass es sowas wie eine Pflegekasse gibt und so weiter und so weiter und so weiter da können wir echt dankbar sein aber es ist unsere Aufgabe als Kinder uns um unsere Eltern zu kümmern für sie da zu sein das ist ein Stück Ehre was wir ihnen bringen selbst da und da wo sie es nicht verdient haben ist es ein Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist es ein Gehorsam gegen unseren Vater im Himmel da ist es Ehre unserem Vater im Himmel dass wir unseren Eltern die Fürsorge und Liebe geben die sie verdient hätten wenn sie gute Eltern gewesen wären und dadurch sind wir ein Zeugnis für Christus und lieben unsere Feinde vielleicht sogar und das ist übernatürlich das können wir nicht aus uns heraus Christus konnte das und Gott macht es uns möglich durch seinen Geist er will uns befähigen dazu dass wir unsere Eltern nicht schlagen sie nicht anschreien sie nicht verunglimpfen dass wir ihnen respektvoll begegnen freundlich wie wir ja eigentlich zu allen Menschen sein sollten manchmal nehmen wir unseren Eltern gegenüber uns Dinge raus die wir niemand anders uns sonst gegenüber raus nehmen würden sie nicht verfluchen sie nicht verachten nicht ihre blöße aufdecken so sagt es dritte mose 18 völlige verdrehte sexualität wir haben es oft in den Sprüchen gelesen auch sonntags und ich denke das ist ganz wichtig dass wir das beherzigen ich habe das in meinem Leben kann ich so sagen ich habe da gegen dieses Gebot oft gesündigt als junger Mann und ja im Grunde bis heute und irgendwann als ich Christ geworden bin habe ich das gespürt gemerkt in meinem Herzen dass das eine Art und Weise ist wie sich mein Fleisch äußert meine alte sündige Natur in diesem Widerstreben gegen meine Eltern insbesondere meinem Vater gegenüber wenn er mir schon irgendwas gesagt hat habe ich schon innerlich diesen gehabt nee das will ich jetzt aber nicht und ich habe dadurch so viel verpasst mein Vater hätte mich so viele gute Dinge lehren können er hätte mir so viele gute Sachen zeigen können aber weil ich so widerstrebend innerlich war habe ich verpasst wenn es um handwerkliche Dinge geht habe ich zwei linke Hände ich hätte so viele super Sachen von ihm lernen können was das angeht aber ich wollte ja nicht habe mich gesperrt und noch vieles anderen es war ich muss aber sagen am Ende Gott hat eine schritt das ist eine ganz starke Sache die 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 sich in meinen Gedanken so eingeprägt hat die ich immer mal wieder erzähle dadurch prägen sie sich natürlich auch stärker ein aber ich halte daran fest ich glaube dass das wirklich so ist ich habe damals als ich ins Studium hineingehen wollte ins Musik Studium ich war noch mittendrin in meinem FSJ beziehungsweise Civi und ich hatte eigentlich so den Plan ja ich muss noch mehr üben ich bin noch nicht so gut in Musik ich muss erst mal mehr üben meine Instrumente üben damit ich die Aufnahmeprüfung gestehe und so war so mein Plan ich mache mein Civi zu Ende und dann habe ich noch so ein halbes dreiviertel Jahr um gesagt ja warum probierst das jetzt schon probier das doch jetzt schon mal und ich innerlich wieder so gleich so ne ich hab meinen eigenen Plan und ich weiß nicht irgendwie hat Gott mir geholfen in dieser Situation ich war noch ein junger Christ relativ frisch zum Glauben gekommen zwei Jahre oder so dass ich irgendwie den Dreh gefunden habe und gesagt okay gut lass dich einfach mal drauf ein einfach im Sinne Gottes meinem Vater gehorsam zu sein und diesen Schritt zu machen und wisst ihr was Gott hat das gesegnet es war dann so dass ich mit meinem Kumpel Aufnahmeprüfungen in verschiedenen Städten gemacht habe und ja ich bin von den vier Aufnahmeprüfungen die ich gemacht habe ne drei drei habe ich gemacht glaube ich von den dreien da bin ich bei zweien durchgefallen gleich die ersten zwei durchgefallen ja und Entmutigung ne und dann bei der dritten hier in Hannover habe ich dann bestanden und so hat Gott mich hier nach Hannover gebracht sonst wäre ich jetzt nicht hier und da sehe ich Gottes Plan und da sehe ich auch Gottes Segen und Gottes Führung in meinem Leben in dem schlichten Gehorsam meines Vaters gegenüber der ja gar nicht richtig gläubig der der nicht gläubig ist im Grunde ne zumindest ne nicht in dieser lebendigen Beziehung mit Gott lebt dass er jetzt ein geisterfüllter Mann gewesen wäre der von Gott Weisheit empfangen hat hier jetzt zu sehen was für mich richtig und wichtig ist aber Gott hat es ihm dennoch gegeben weil er mein Vater ist und das sagt das Gebot 2. Mose 20 Ehre Vater und Mutter Ehre deinen Vater und deine Mutter damit deine Tage lang wären in dem Land das der Herr dein Gott dir gibt da ist eine Verheißung drauf da ist ein Segen drauf das betont Paulus auch als er dieses Gebot zitiert im Epheser Brief sagt er das erste Gebot mit Verheißung da ist ein Versprechen drauf da ist ein Segen drauf wenn wir das tun wenn wir die Rebellion in unserem Herzen und das ist die Sünde in uns Jesus hat es ausgezeichnet als der Sohn Gottes dass er gehorsam war bis bis zum Tod am Kreuz darum hat Gott ihn erhöht er ist das gehorsame Kind seines Vaters im Himmel und das möchte Gott auch aus mir machen das gehorsame Kind meines Vaters im Himmel dazu hat er mir den Geist seines Sohnes gesandt dazu gehört aber auch wie gesagt diese Unterordnung unter denen die Gott mir gesetzt hat als Eltern denn ich habe mir meine Eltern ja nicht selbst ausgesucht und ich weiß jeder von euch steht da irgendwo anders jeder von euch hat da so seine eigene Geschichte und hier sitzen eine ganze Menge die echt auch eine schwere Geschichte haben was ihre eigenen Eltern angeht aber ich sage euch es gibt Hoffnung durch den Heiligen Geist ist Veränderung möglich und durch sein Wirken in eurem Leben durch seinen Geist wenn er euch lebendig macht und euch dann auch erfüllt mit seiner Liebe kann er euch fähig machen Kinder zu sein die eure Eltern gar nicht verdient haben und das ist die Verheißung die er für uns hat dass wir uns umgestalten lassen durch seinen Geist in sein Bild das ist auch der neue Bund wo er sagt das ist der neue Bund ich werde mein Gesetz in ihre Herzen schreiben ich werde mein Geist über sie ausgießen so dass sie in meinen Geboten wandeln dazu gehört aber das Kreuzigen des Fleisches und das besteht bei dem einen vielleicht darin aus seinen eigenen Eltern die Götzen die er aus ihnen gemacht hat sie niederzureißen sich zu trennen von Vater und Mutter und sich ganz an Gott zu hängen für viele heißt es aber das Fleisch zu kreuzigen diesen ewigen Rebellen in meinem Herzen zu kreuzigen um meinen Vater und meiner Mutter den Respekt und die Ehre zu erweisen die Gott mir befohlen hat und dadurch Segen zu empfangen ein Segen den ich mir vielleicht noch gar nicht vorstellen kann und ein letztes vielleicht wird der eine oder andere von euch oder vielleicht ist der eine oder andere euch schon Vater oder Mutter wenn Gott unseren Kindern aufgetragen hat dass sie uns ehren sollen dann sollten wir uns von Gott verändern lassen dass wir ihnen auch Anlass dazu bieten dass wir es ihnen nicht schwer machen sondern leicht so sagt es im Kolosserbrief Paulus sagt ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn sondern erzieht sie in der Furcht und Ermahnung des Herrn gerade die Väter werden angesprochen Gott fordert uns heraus er will dass wir als Eltern ein so so nah wie möglich an dieses Ebenbild Gottes kommen weil das macht es Kindern leicht am Ende den Vater im Himmel auch anzunehmen wenn wir als Eltern ihnen unseren Kindern vermitteln durch unser Beispiel durch unser Vorbild und dann auch durch das was wir ihnen verkündigen und weitergeben so hat dieses Gebot ganz viele verschiedene Richtungen Auswirkungen und Ziele und ja lasst uns das bedenken lasst uns darin ja das wirklich in unserem Herzen bewegen sodass wir klug werden dass wir weise werden wie gesagt die Sprüche sprechen oft davon dass darin Weisheit liegt bei dem zu bleiben was Vater und Mutter uns gelehrt haben wie gesagt wenn es durch den Geist Gottes geführt ist Vater wir danken dir du bist unser guter Vater danke dass du uns berufen hast und gerufen hast in deine Familie hinein danke dass wir durch dich herausgerufen sind aus sündhaften Familienstrukturen danke dass du uns wieder hinein sendest in unsere Familien um Segen hinein zu bringen Segen zu stiften ich bring dir hier die Herzen die zerbrochen sind die Herzen die beschwert sind durch eine belastete Beziehung zu den Eltern ich bitte dich für jeden der hier ist und immer noch Groll gegen seine Eltern hegt gegen Vater oder gegen Mutter der irgendwo tief im Herzen vielleicht seinen Eltern flucht dass du ihn durch deine Liebe zur Umkehr bringst sodass er im Gegenteil segnet selbst da wo die Eltern schon gestorben sind vergibt loslässt aus deiner Liebe heraus ja weil du uns ja auch vergeben hast weil du uns ja auch in unserer Sünde angenommen hast dass wir auch unseren Eltern die Sünder sind vergeben so wie du uns vergeben hast dass wir sie segnen und so frei werden für die Beziehung mit dir und dass wir den Eltern wo sie noch leben dienen können in der Freiheit dass wir sie ehren und achten können sie segnen können ja von ihnen Rat annehmen ja bis hin auch in den Gehorsam hinein danke dass du das segnest danke dass du uns so gesegnet hast durch unsere Eltern und segne du unsere Eltern und lasst du uns ein Segen für sie sein Amen